MR 28, das solltet ihr euch unbedingt merken, denn unser Max Reis, der Pfälzer Bub aus Ramschte, der nicht nur Benzin und Blut hat, nein, auch nicht nur die deutsche OTAX-Meisterschaft in seiner ersten Saison abgeräumt hat, nein, jetzt schnallt euch gut an, er fliegt zur Weltmeisterschaft nach Brasilien, um dort unser Land vertreten zu dürfen, Wahnsinn, sensationell, phänomenal, furios, einfach nur geil, lieber Max, herzlichen Glückwunsch zu dieser sensationellen Leistung und ich wünsche dir für Brasilien alles erdenklich Gute, lass die Reifen ordentlich quietschen und stopp, ich bin nicht der einzige, der dir gratulieren möchte, ich habe mich mal in Rammstein umgehört. Ja, lieber Max Reis, Erschmoll 2016, war schon bei uns im Stadtrat, haben wir dich geehrt für sportliche Leistungen, haben wir schon gewusst, da kommt was ganz Großes und hast diese Leistung natürlich wieder bestätigt, sensationell, bist du Botschafter des Sports, für unser Rammstein-Wiesenbach, da sind wir sehr stolz drauf, unterstützen dich auch bestmöglich und für die deutsche Meisterschaft, Erschmoll, alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und jetzt wird in Brasilien die WM gerockt, wir trinken die Daumen und sind ganz gespannt, wir sind sicher, das wird mit Sicherheit auch dort unter der ersten Treibklappe, wirklich so ein guter Fahrer, wünscht dir für die Zukunft alles Gute, vor allen Dingen unfallfrei, komm wieder gesund zurück und dann feiern wir zusammen. Ja, hallo Max, wir verfolgen ja hier bei der Verbandsgemeinde und bei der Stadt deine Karriere und deine Erfolge mit großem Interesse, haben jetzt auch mitgekriegt, dass du ja deutsche Meisterschaft gewonnen hast und dich tatsächlich qualifiziert hast für die Weltmeisterschaft in Brasilien, ein riesen Erfolg und dazu drücken wir dir alle ganz fest die Daumen und hoffen, dass du dort auch eine gute Platzierung erreichst, hast hier großes Talent und wir sind alle sehr gespannt, wie das ausgeht. Alles Gute, toll, toll, toll. Lieber Max, ich bin in Rammstein aufgewachsen, aber nicht sehr groß geworden. Du bist unabhängig von deiner Größe, deiner körperlichen Größe, heute schon ein ganz großer hier in Rammstein. Wir wünschen dir von Herzen viel Erfolg, alles Gute in Brasilien. Das wünschen dir die Frau Burgl vom Werbering, der... Der Herr Umler und das ganze Bühnenteam wünschen dir das auch und holt den Sieg nach Hause. Und natürlich auch das Kongress in der Rammstein. Viel Glück! Lieber Max, die Schulgemeinschaft der Wendelinus-Schule lässt sich sehr herzlich grüßen. Wir wünschen dir auf der Weltmeisterschaft in Brasilien alles, alles Gute und den bestmöglichen Erfolg. Wir drücken dir alle die Daumen. Du warst ja schon immer ein begeisterter Sportler, hast immer ordentlich Gas gegeben. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit mit ganz viel Nachhaltigkeit und wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich. Alles Gute und alles Liebe auch für deine Familie. Max, da gibt es nur ein Gas, Vollgas. Ich pass gut auf dich auf. Toi, toi, toi Max für Brasilien. Wir sind wahnsinnig stolz auf dich. Viel Glück Max in Brasilien. Alles Gute in Brasilien, Max. Gebt Gas. Hallo Max. Die Stadtwerke wünschen dir für die anstehende Weltmeisterschaft alles Gute und viel Grip unter den Reifen. Und denk dran, Brasilien ist ein gutes Ruhm. Lieber Max, zuerst mal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu deiner deutschen Meisterschaft. Tolle Leistung gemacht dieses Jahr. Viel Erfolg hattest du auf deiner Rennstrecken. Ja, jetzt geht es ja für dich weiter nach Brasilien. Nächste Woche ja schon. Da wünsche ich dir von Herzen alles Gute, viel, viel Erfolg, dass du einen tollen Titel einfährst in Brasilien, dass du ein tolles Rennen fährst und viel Erfahrung dir sammelst und mit tollem Meistertitel zurückkommst. Danke dir. Tschüss. Viel Erfolg. So Max, noch 14 Tage, dann geht es los. Dein großes Wochenende in Brasilien. Weltmeisterschaft 2018 in CARD. Wir, ich, Fabian und das Team vom Fahrradladen Rammstein wünschen dir dazu ganz viel Erfolg. Immer das Ziel fokussieren, nicht aus den Augen lassen, nicht von brasilianischen Frauen ablenken lassen und ganz wichtig, nicht vergessen, mich zu wecken, weil ansonsten kommt ihr nicht zum Flughafen. Lieber Max, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg in Brasilien. Also Max, wir wünschen dir vom Big Emma Team alles, alles Gute zur Rotax Weltmeisterschaft in Brasilien und wir denken, du gewünscht. Alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Lieber Max, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Max, wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Glück für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Das ganze Team vom Springer Gesundheitszentrum. Drück dir fest die Daumen, dass du den Titel nach Hause holst. Lieber Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg in Brasilien. Lieber Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg, gib Gas in Brasilien. Hallo Max, im Namen der ganzen Vorstandschaft möchten wir dir für Brasilien alles, alles Gute wünschen. Tu mir einen Gefallen, pass gut auf deinen Papa auf. Und ansonsten können wir dir nur sagen, make Germany great again, make Rammstein great again and make Max Reis great again. Max, wir wünschen dir alles Gute nach Brasilien. 뭘 vor? alter. Oh. Er. Christ. To. Was. Bis zum nächsten Mal.